Eins, zwei, drei. Gern dürfen Sie Ihren Partner, Ihre Geschwister oder, nee, das ist doof. Eins, zwei, drei. Gern dürfen Sie Ihren Partner oder auch die Mama oder ein anderes von, eins, zwei, drei. Gern dürfen Sie Ihren Partner, zwei, drei, nach einer OP, eins, zwei, drei. Generell kann man nicht sagen, wann man... Ich analysiere zunächst mit meinem Patienten, eins, zwei, drei. Warum kostet eine plastisch-ästhetische Beratung eine Brustimplantat-assoziierte anaplastische... Nochmal. Manchmal. ... Vielen Dank.